Träume leben, Luxus genießen. Nach diesem Credo entstand in Holmseppensen am Hacklersberg eine Wohnanlage mit zehn einzigartigen Häusern. Die Twin Houses im Bauhausstil auf einem 10.000 Quadratmeter großen Grundstück lassen keine Wünsche offen. Jedes dieser 250 Quadratmeter großen Häuser ist einzigartig und verfügt über eine Ausstattung, die ihresgleichen sucht. Am 25.04.2015 veranstaltete man einen Tag der offenen Tür. Die Unternehmerfamilie Killer gab jedem, der Interesse hatte, die Möglichkeit, sich von dem Außergewöhnlichen zu überzeugen. Trotz schlechtem Wetters fanden hunderte den Weg nach Holmseppensen. Schicke Häuser, schicke Autos. Natürlich wurde auch für das leibliche Wohl gesorgt. Und Unternehmen, die an der Fertigstellung der Anlage beteiligt waren, nutzten die Gelegenheit, sich mit ihren Produkten und ihren Leistungen zu präsentieren. Um 20.04.2015 vermittelt. Bei jedem Haus verteilt sich die Wohn- und Nutzfläche über drei Etagen, fünf Zimmern und außerdem verfügt jedes Haus über zwei Dachterrassen. Und dann wurde geschaut, gestaunt und gefachsimpelt. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020